Anmut sparet nicht noch Mühe, Leidenschaft nicht noch Verstand, Daß ein gutes Deutschland blühe Wie ein anderes gutes Land, Daß die Völker nicht erbleichen Wie vor einer Räuberin, Sondern ihre Hände reichen Und wie andern Völkern hin. Und nicht über und nicht unter Andern Völkern wollen wir sein, Von der See bis zu den Alpen, Von der Oder bis zum Rhein, Und weil wir dies Land verbessern, Lieben und beschirmen wir's, Und das Liebste mag's uns scheinen, So wie andern Völkern ihr's. Diese Kinderhymne entfaltet ihre volle Wirkung, wenn man Text und Melodie des Deutschlandlieds In seiner ursprünglichen Textgestalt von Hoffmann von Fallersleben, So wie die beiden deutschen Hymnen zur Zeit der Teilung in West und Ost kennt. Anmut sparet nicht noch Mühe, Leidenschaft nicht noch Verstand. Der erste Vers scheint deutlich dem ersten Vers der DDR-Hymne nachempfunden, Auferstanden aus Ruinen. Tatsächlich würde die Melodie der ersten vier Verse der DDR-Hymne sich hervorragend als Vertonung auch der Kinderhymne eignen. Hans Eisler, von dem beide Melodien stammen, schuf für die Kinderhymne aber tatsächlich eine noch anmutigere Melodie. Daß ein gutes Deutschland blühe, wie ein anderes gutes Land. Hier wird die Gleichheit und Gleichrangigkeit der Länder untereinander betont. Ein Land ist demnach nie an sich schon gut, sondern erwirbt sich das Gutsein, So wie es dies auch wieder verspielen kann. Daß die Völker nicht erbleichen, wie vor einer Räuberin. Hier wird daran erinnert, wie sehr Deutschland die Berechtigung, gut genannt zu werden, verspielt hat, sondern ihre Hände reichen uns wie anderen Völkern hin. Auch hier wieder die Betonung des gleichen Rangs aller Völker. Und nicht über und nicht unter anderen Völkern wollen wir sein. Eine deutliche Anspielung auf den ersten Vers des Deutschlandlieds. Deutschland, Deutschland über alles. Und vor allem ein deutliches Widersprechen. Von der See bis zu den Alpen, von der Oder bis zum Rhein. Und eben nicht wie im ursprünglichen Deutschlandlied. Von der Mars bis an die Memel, von der Edge bis an den Belt, womit wir heute mitten in Polen und Italien wären. Zur Ehrenrettung von Hoffmann von Fallersleben sei angemerkt, daß er damit keine Gebietsansprüche formuliert hatte, sondern zu einer Einigung aufrufen wollte. Und weil wir dies Land verbessern, lieben und beschirmen wir es. Das Land verdient unsere Liebe, wenn wir es erst zu einem Land machen, das unsere Liebe verdient. Ein Land der gegenseitigen Fürsorge und anderen Ländern ein Partner. Und das Liebste mag's uns scheinen. Sehr abgeschwächt die Formulierung. Nicht einmal soll's uns scheinen. Ganz wichtig also, daß niemand aufgefordert wird, Deutschland zu lieben. So wie anderen Völkern ihr's. Fast mag mein ein wenig Neid heraushören. Die anderen Völker haben fünf Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg mehr Berechtigung, ihr eigenes Land zu lieben, weil sie eben nicht ihre Liebenswürdigkeit verspielten. Wie ein Bringinhardt bei RICHARD kann die diese Weltkrieg stattfindet sich um weiterent getsftig. Sieht jetzt immer weiter. 습 Lebensfreak detalien. Aus Untertitelung des ZDF, 2020